Das war nix. Das geht noch gar nicht. Da ist er. Der ist mit schnell. So bleibt es da jetzt. Schon weg. Aber heftig. Kann ich sogar weniger stellen. Danke. Nein, geht nicht. Du hast was. Ja. Schimpft zwar böse, aber der kann ich es auch machen. Ja. Jetzt geh weg damit. Das war kein Sprintgeleg, oder? Ja. Huck für die Kuh, ich muss da kurz durchschauen. Ja. Vorlebensdechnik nicht. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe auch einen Hansen. Ja, hab ich sing. Ich geh gleich mit, ich muss nicht flitschen holen, weil ich glaub, dass man schon das Fenster wird zum elektrischen fliegen. Echt? Ja. Ich bin noch froh, dass ich vor der Fenster fertig geworden bin.